ok dann lauf ich jetzt die straße entlang da finden wir uns dann endlich mal irgendwie ist die ganze zeit irgendwie ist die ganze zeit die mission finde den und den finde muka finde kevin finde grantelwald jetzt ist tu du dran danach nix gibt's aber man muss sagen die map ist zwar ziemlich klein gehalten aber es fühlt sich nicht so nach generos an finde ich doch das ist das ist die süd ich glaube einfach weil die bäume so anders aussehen es ist klar von der map her ok da kenne ich ein bisschen aus nicht so gut wie du aber ein bisschen kann ich schon sagen wo ich bin aber so vom gefühl her ist ja ja das ist viel mehr viel mehr bergische landschaften weil ja nur ist da selber in der sie flach gehalten so dass mir die sniper gegen hier ist mehr so diese bergische also du meinst das ist das ist einfach abgehackt also ein stück das ist eine miniatur von tscherno von der südlichen mittleren hälfte von tscherno elektro bis nach stadi ist die oberste map grenze interessant also ganz links um ist auto ich habe auch eine hupe gehört direkt in laufrichtung jetzt kommt ein herzschlag mit dem auto ich habe was gefunden genau wusste hört ihr das ne du hast du es bei mir du hast du oder ich höchle und ich habe es richtig ich wusste immer so also das typische script von vc aha ich habe gerade mein hack ausgemacht eigentlich deswegen was wir müssen bis alle gestorben außer du oder sagt du mir ja nicht einer von uns muss auf jeden fall trinken also ich bin es nicht jedes werden die schiffungs käucher hören ich denke gerade sein weil dieses dieses hecheln das hört man glaube ich nur selber was mein buddy system hat sich geändert jetzt bin ich mit jemand anders drin ja ihr müsst ihr müsst am anfang auf no klicken wir müssen auf no klicken weil ich glaube man wird random zugewiesen wenn jemand spawnen ja jetzt ist der wieder weg passt an der scheune können vielleicht das auto stehen oder glaubt wenn der einzelne müssen weggefahren ich denke das ist kaputt und was macht man im kaputten auto erst mal rein hocken hupe geht immerhin mal immerhin irgendwas damit interagieren genau das einzige was man machen kann ist dann hupe ich schaue mal eben wo wir sind wir sind wir sind jägerstand wo der motor anmachen und auf der stelle fahren ja genau dann explodiert das ding und dann regst du dich auf also ich hab auch noch ein fernglas im rucksack habe ich auch eins kann kann einer von euch mal gucken wo wir sind weil bei mir ist hier gar keine stadt in der nähe laut der map stimmt weil nicht mal ansatzweise das sind auch keine zum das ist aber ein auto wir können ja mal gucken ja das ist so ein ding wo loot spawnt ja da ist blut gespawnt okay ich glaube ich bin kurz vor der stadt wenn ich das richtig die karte richtig deuten kann okay wir kommen da sofort hin also wir sind noch etwas nordöstlicher aha wir sind gerade auf eine stadt gestoßen die gar nicht eingezeichnet ist ja oder der marker dass ich glaube er die markierung hier funktioniert nicht so richtig das kann ich denke euch mal von hier oben also hier kommt hier sind kommt ich nehme ein für dich mit wo es ist das denn videotape nimm mal mit ich glaube ich glaube der gruntel hatten kommt was ist das denn alter bn rnd tonal britisch für die n4 what the fuck alter alter das sind nur blumen what the fuck warum glänzen die denn so glitzerblumen die sind homo ohne scheiß man ich muss endlich geheilt werden ich bin ne blitzerblume biene bestäub mich da ist ein tier aber da kann ich mir nichts anfangen mit ok wir müssen wir weiter nach südosten laut der mitten ich komme unter wir müssen nach westen genau ich habe ich wollte ich hätte auch noch ein wir müssen glaube ich diese straße entlang in keine pänke im rucksack sind soll natürlich keine moment ich muss nur kurz vorgehen hast du heimlich alle weg genascht jetzt jetzt sind die die man bei mir in der normalen tasche dankeschön wie lange muss ich denn noch hier laufen alter laut der map müssen wir genau hier entlang noch so leicht du willst sie ihn mehr wissen noch als noch ziehen oh gott da haben wir uns klar geworden oh gott wie geil haben die golfen war alles wie mit so einem weißen schlei überzogen ich habe gedacht ja es ist noch vom blut aber durch die pänke das ist weg ich kann es wieder klar ich glaube ich glaube ich nehme diese diese sehstörung die man spiele hat für mich für mein leben lang auf das gefühl habe ich jetzt liebe zuschauer irgendwann gewöhnt ihr euch dann dass man einfach alle zwei sekunden immer verschwommen sieht und im herz das ist ja wie in echt noch schlimmer war das als ich gecuttert wurde von Tudu da war es nämlich du siehst kennt ihr das wenn ihr so im schnee fährt und wirklich oder beziehungsweise wenn ihr morgens so fahrt mit dem auto und die ganze scheibe ist so eingefroren und dann habt ihr nur so dann sieht ihr wirklich so einen ganz kleinen millimeter ich glaube das ist das was kevin gemeint hat mit dem schleier und weiße schicht einfach drüber ich bin in der stadt als hättest du mal in dicken ladung auf dem monitor genießt und dann verschmiert so laut der map müssen wir jetzt nur noch nach westen wir müssen auch auf einer straße sein was ist denn das für eine geile waffe ich glaube die map ist verpackt ich denke dieser dieser punkt zum selber finden wird einfach nur hier irgendwie mit absicht nicht funktionieren bei mir war immer genau richtig ich habe limonade konsumiert ja ich bin in der stadt jetzt auf jeden fall müssen aber kommen wir da diese stromleitung die viel nach elektro die sind aus dann kreuzen wir das ja genau richtig what the fuck ich packen busch jetzt so mal gucken was sie an lutrom liegt deine mutter doch die ist im karton drin du brauchst aber ein mega rucksack für mich wichser ja okay da ist ein haus da ziehe ich jetzt ein cz barrel das wackeln ist nicht weg schade wir laufen diese straße entlang wird immer schlimmer ich glaube ich bin irgendwie infiziert 100 pro ja vielleicht frisst der kevin euch auch wie so ein mucker haben wir ja schon gefressen wenn jemand irgendwie antibiotika findet oder so ich brauch das warte mal habe ich nicht ich glaube ich habe antibiotika gib mir es ihm nicht behält es für mich bandage ducktape komm mal nicht zu nahe geh mal weg hier hey weg da weg da du Hustinettenbär ne ich hab nichts immer schlimmer es ist auf hier oder ist es zu ist das glas halb voll oder halb leer ey diese sicht geht mir so auf den piss also ich sehe gut ja ist schön ja bei mir ist auch nicht schlecht eigentlich jetzt habe ich den slalom nicht geschafft wie lange braucht der noch bis zur stadt wir sind schon in der stadt du siehst uns noch nicht aufgrund deiner sicht wow das ist ein spieler da ist er doch oder wart ihr das? nein hat er geschossen? ja dann sind wir in der stadt bist du am haus? wer ist am haus? niemand 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 ja oh alter was für leuchtspuren ich bin tot alter wir sehen da oben nein wir sehen da oben ich habe ihn nicht angeschossen weil ich dachte ihr werdet das mann wie gesagt wir sind nicht da ach man alter muss ich kurz hinlegen ich bin überpowered ich sehe ich ja ich dachte das wäre ein mucker mann oder so wenn wir doch sagen wir sind es nicht kevin hat gesagt er ist es nicht aber ich dachte vielleicht nein du sagst seid ihr hier wir kevin sagt nein find euch wir sind es nicht mann ey jetzt bin ich zwei stunden rumgelaufen und bin tot aber wir haben dich gefunden das stimmt dieses gottverdachte spiel steht der da immer noch an der scheune? da steht er er lootet glaube ich grantl ja soll man den versuchen von hier aus zu treffen? tötet ihn diesen bastard ich sehe ihn ja grad so mit dem fernglas also schießen kann ich nicht mein charakter dreht gar nicht durch die ganze zeit herzschlagen und alles verdammter er steht da am eck von dem haus dann trink mal er stellt sich da vor mich da sind zwei das sind zwei hat noch jemand einen trinken übrig? ich weiß es nicht ich schau gleich mal nach da sind zwei leute mucker und war ja gar nicht verbuggt ich dachte so wie könnte er mich wie konnte er mich durchs haus töten? oh endlich wieder normale sicht und kein herzschlag ey heilige scheiße oh doch gott der eine looted noch ja jetzt muss er erstmal können wir was trinken ich würde sagen ja die haben uns immer noch nicht gesehen also wir haben absolut nix denke ich schau dir mal in meinem rucksack da ist ein ducktape drin sonst nichts? ducktape wuhu ducktapes na 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 ok ich habe einmal was gegessen das hat geholfen los geht's ah jetzt haut der eine der schießt auf den zombie ne der axtet ihn ist jetzt auch noch ganz schlecht aber ich versuch's sollen wir einfach durch die stadt hochgehen? ja ja wollt ihr ihn nicht töten? ja mach mal ja ihr habt nur 15 schuss wir waren noch nicht in der stadt wir waren außerhalb wir waren so 300,400 m noch weg aber was haben die bitte für ne waffe Waffe wegen so einer fette Leuchtspur Ich hab das gar nicht gesehen bei meinen Grafikeinstellungen Wurde gar nicht angezeigt Das war eine richtig geile rote Schliere Also ich umlaufe das mal ein bisschen Ich versuch quer einfach durch zu gehen Ich seh dich auch Wohin soll ich jetzt laufen Zu uns Laufe sie zu uns Schon wieder so einen weißen Schleier Das würde ich gerne Frage ist Ich huste immer noch Ich bin irgendwie infiziert Immer schlimmer Weniger Farbe alles Ich versuche einfach quer durch die Stadt durchzulaufen Was ist denn das Jetzt schon wieder ich kann nicht mehr Schnell laufen wenn ich nicht shift gedrückt Halte Ich mach keine Schrittgeräusche mehr ich glaube ich sterbe auch gleich Kannst du reisen und trinken Ne passt schon Hier hat keiner geschossen Ok schade Ach du Arsch Ja dann wäre ich bei euch in der Nähe Achso Aber beleidigen mich ruhig Ja ich dachte du freust dich wenn einer von uns stirbt Ich bin rechts um die Mucker Ich seh den Der eine läuft gleich den Berg hoch Ein bisschen Angst vor den Zombies Weil ich ihn nicht einschützen kann Wieso kann ich nicht mehr normal laufen Wieso kann ich nicht mehr normal laufen Wegen deinen kolossalen Schlepphunden Das sind Zombies Ok ich seh den ich seh den Ah ja der schießt auf die Zombies Ich könnte auf ihn schießen Ich könnte auf ihn schießen Jetzt nicht mehr Wo ist der andere Ich glaub die sind Ja die sind zusammen Ist der Ja der ist hier Oh der lootet der lootet Ich schieß ihn jetzt an Ok Ich hab den Headshot gegeben der ist tot Nice Sehr gut Und der andere mit der Axt Seh ich nun Doch der ist auch da Der war auch da Ich seh ihn auch Ich schieß mit Ich versuch den Jawoll der ist bei dir Der kommt jetzt vor dir hinter dem Haus Der kommt der läuft in die andere Richtung Da ist er Ne das ist ein Zombie Der kommt in deine Richtung Ja der hat in der Knarre gehabt man Jo Ich hab ihn Ok Der hat in der Knarre Gut gemacht Leute Sehr gut Ich hab ein bisschen despawned Ihr habt mich gerecht Mann ey ich bin hier im Nirgendwo Ich hab keine Ahne wo Guck mal noch so Das ist die Stadt Das ist die Stadt Jetzt gehts wieder Die Leiche ist auf dem einen Das ist der despawned Den hab ich gekillt Hier war auch Bei mir sind beide Leichen weg Hier liegt der Grandel noch Die anderen Leichen sind weg Die haben wahrscheinlich ganz schnell Alter 4 gemacht Die Zombies die spawnen sind Ich hab kurz gezögert Weil ich nicht wusste Ob das einer von euch ist Dann bleibt der Loot nicht da Wenn die Alte 4 machen direkt Die Schweine Was hab ich nicht gehört Überhaupt für ne Scheiße Wieso kann ich nicht mehr normal laufen Wieso schweige ich denn nun Aber das haben wir gut gelöst Haben wir gut gelöst War gut Wir dürfen nicht vergessen Wir sind markiert Also lieber dann Sich selber umschießen Aber wir sollten markiert sein Es sollte nicht passieren Was wir uns gegenseitig töten Ich hab den aber gesehen Und bei euch war einer Genau in die Blickrichtung Mit so einer Markierung Und deswegen ist das kurz Über den drüber Da hab ich mir noch gedacht Ist das einer von uns oder nicht Das war mein Problem Da ist ein Seckschen Bandagen Braucht noch jemand Bandagen Ich hab glaub ich 2 oder 3 dabei Ich hab einen Und ich denke das gleich Ich hab dann noch Aber Jungs Schaut doch mal auf die Uhr Ich muss hier in der Stelle mal aussteigen Das wär schade That's my life Mein ganzes Leben ist schade Altes Life Altes Life So trotzdem frag ich mich Was das für ne Fickwichse ist Das ich nicht mehr schnell laufen kann Fickwichse Ja Fickwichse Ja Hältst du dann Shift gedrückt? Ja nur wenn ich Shift gedrückt hätte Dann renne ich Wenn ich's loslachs Dann schleicht er nur noch so 2xC? 2xC? Nö Achso mach mal 2xSteuerung Oder macht er das? Moment Es gab irgendwie Gehen, Laufen, Umschalten Ich hab das bei mir Alles im Menü eben wegbelegt Hm Sollte ihr auch mal machen Auf jeden Fall muss ich jetzt aussteigen Okay